moin sinds youtubes und herzlich willkommen zurück zu gta online wieder mit am start haben wir den chris gold den christi vier den hellstorm dein vogel hat sich schon für dich gemeldet brauchst du nicht mehr melden alles gut und den sascha auf abruf okay jetzt sind ein paar viele dabei interessant 163 auch der ein bisschen schön aussieht wenn man den mal betrachtet ich weiß nicht auch gar nicht also dann müsst ihr euch alle mein video angucken um dann zu sehen wie das aussah ach du scheiße ich muss mit dem im team spielen ich nicht muss mit den beiden randoms im team spielen ja das aber kacke kann ich dann noch wechseln ach so egal ich mache mir so platt ja der eine ist auch gut der 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 hübsche ist gut der boden unter euch das werdet ihr gleich sehen was ist mit dem boden unter uns nix da kommt nix spoilern dürfen wir eigentlich nur in der luft schießen oder auch ein reifen zerschossen ok also einfach 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 versuchen die die leute zu treffen oh lol oh lol ich sehe oben jetzt verstehe ich was du meinst woran erkennen wir das das ist das ist wenn die geht dagegen fahren ach so ok ich muss die maus in die tasse durchspüren geht nicht einer ist glaube ich afk da hinten das ist ja mega kacke ich treffe auch nix oh 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 das sah knapp aus naja ich kriege euch schon oder wir kriegen nein 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 ich bin weg da haben wir weg sind auch mal auf maus in tastatur dealen mit controller ist einfach nicht so ja das stimmt ey selbst normal was für dir denn wer lebt denn jetzt noch ich 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 auch und leben auch noch drei ok ist schon mal gut gut oh mann wie das einzige tot ist schade gucken wir uns aber lieber die jäger an können wir gar nicht ok schade wo oh da ist noch einer weg da ist noch einer weg nein platsch sehr nice und da ist der nächste da geht der nächste ja da macht der nächste den abgang also die fahrer haben echt schon die bessere bessere spur obwohl andere mich auf der strecke echt weg geballert hat der kann echt gut snipen oh und oh 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 nice nice das sah aus zahnreaktion nein der ist von selbst weiter und da ist der letzte schade den hätte ich jetzt gerne noch getroffen im blut platsch ich liebe dich einfach stehen lol der fällt nochmal hat's gelaggt hat irgendwie gelaggt frech sogar nice one runde verlierer oh fünf runden gibt's ich hab drei runden eigentlich also drei runden muss man gewinnen glaube ich ok fortfahren also kannst maximal ja sechs werden ich hätte auch vier runden einstellen können und jetzt müssen wir zu dritt euch weg machen oder was genau korrekt wir uns zu viert weg machen und ich glaub einer von euch ist afk ne der war zum schluss da echt der war da ja dann ist gut zum schluss waren alle drei rumgefahren ja das war die tussi die am anfang da rum stand der 163er der wird uns so weg snipen ne was ja ja bleib mal locker keine chance level heißt gar nichts in dem spiel ja das stimmt wohl so los jetzt hab ich auch schon gedacht bei so ner Heist da kam einer mit level 150 der ist nur gestorben der typ sehr schön auf geht's auf geht's auf geht's drei tage wach druf druf von wie ihr alle drei rechts gespawnt habt und ich der einzigste der links oder hier alle drei links alles klar so go for it wow oh ja hier treff mich nicht hier treff mich nicht so jawoll den ersten haben wir oder den ersten haben wir alles klar den zweiten haben wir auch schon alter der hat mich voll weg geholt nein nein ich explodiere ich lieg auf dem dach alles klar den hochgelevelten haben wir schon mal weg und ja Jan auch da liegt jetzt noch einer ja ja das war's das war's er hat's er hat's er hat's den krieg ich den krieg ich ja kriegste easy easy ok überlebt er sobald du von den container nach oben runter gehst stirbst du ja da fällt's halt runter ne ja dazwischen kann man's ja nicht halten ja gut diesmal das ist aber auch du hast halt als als fahrer hast du halt echt bessere chancen hier muss man schon sagen easy win wie mach ich denn nach fortfahren ah kacke hab ich gar nichts gesehen enter oder a das ist eigentlich egal oder x ne viereck du spielst jetzt am pc mit dem playstation controller ja ich kaufe noch nicht extra einen xbox controller ja klar muss ich nur emulieren nicht das Thema gibt's die einschlägigen Programme für sowas wie motion joy oder beta ds3 oder sowas das ist ganz gut einfach steam controller bestellen ist doch einfacher ja aber das kostet diese playstation controller kostet auch ne ganze playstation willst du verteilen uns genau was ohja ich gehe gerade auf einem fleck ich stelle mich mal nach ganz ganz links dann sammle ich mir die komplette munition ein oh den hab ich erwischt den hab ich erwischt oh oh ihr kommt zu mir kommen alle holy shit nein ich hab nicht getroffen ich hab noch mal lieb's ich soll auf die wegfahren und schießen so wie kommt jetzt auch ne kommt jetzt nur von der seite das ist schon mal schön ich hab einen getroffen aber der hat nur einen hitmarker nicht kassiert Achtung da fallen vielleicht ja perfekt Achtung oh shit da fällt der erste der war gut ne Alter ich falle fast so runter boah ich hab behindert mit dem scharfschützen gewährt da bin ich die schlechte ja ich auch einer steht direkt unter uns und einer ist hinter uns also hä kommt das auch noch was da oh der fährt hinter mir verdammelig warte fuck von hinten kommen zwei Achtung ja mir hat einer einen Reifen zerschossen da kann ich nicht oh ja ich lebe noch nein 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 ach komm lol der ist gar nicht unter uns ja ein richtiger Lacker und ich hab's nicht geschockt den Header zu verpassen wie dämlich von mir der ist schon ein bisschen unfair als Sniper ey Daneben Daneben oh shit boah Lacker da kommt der nächste da kommt der nächste da kommt der nächste versuche da drüber zu springen ja jawohl das war skill voll hinter dir ne ja nice nice da kommt der nächste das schafft er nicht ist der Unterfall ah der steckt da hinten aus kommt der wieder da kommt der vor dir ja hinter dir fährt er grad noch die Runde genau der wendet jetzt und kommt jetzt wieder hinter dir den hab ich den Reifen zerschossen äh nicht vorsagen Jungs doch vorsagen was das ist voll unfair wenn ihr 2 gegen 1 spielt aua aua jawoll wieso springt der Wagen nicht so weit was ist los du musst den ganzen Anlauf holen ah komm schon wo bleibt ihr wo bleibt ihr es ist blöd dass ihr zugucken müsst aber oh Gott 5 Minuten noch alles klar der war schade oh 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 alles gut da kommt der nächste das war's bring back oh shit ja das war's was platsch ja mir warst du doch oben drauf echt ne ich war nicht mehr oben drauf aber wenigstens hab ich einen gekriegt jawoll du musst das vielleicht ein bisschen üben mit der Sniper noch dann geht's aber so fortsetzen oh jetzt gibts wieder auf der Fresse jetzt holen wir euch wieder da runter das wird wahrscheinlich 3 zu 2 enden für die anderen weil die anderen angefangen haben kann man sowas nicht mal mit Bazooka spielen statt Snipern ja das wär mal lustiger können wir nächste Runde gerne machen wenn wir denn zwei Runde spielen aber nicht mit der Zielsuchende mit der Normalen ich weiß nicht wer das dabei ist ich glaub ja ich glaub das die Normale dabei ist weil das wär lustiger ja können wir gerne eine nächste Folge machen oder nicht mit irgendeinem anderen Gewehr geht ja auch nur weil's da mal ein bisschen auf Skill ankommt ja meine hat keine Lust einzusteigen ok alles klar hätte ich aber auch nicht bei deinem Fahrstil never ever die springen ja mal so diese komischen Leute oh oh achso ich hab ja gelegen und die falsche Taste gedrückt um einzusteigen aber warum spiel ich jetzt überhaupt mit der Tastatur ich bin mit dem Controller spielen weil du Spacken bist ja im Büschel vielleicht oh meine Reifen sind die hinterher eigentlich auch noch Karten? Hallo ja NULL was ja war wohl nix weil die haben meine Reifen inzwischen alter einer ist schon down ne von unten ne von den anderen ist einer down alles gut da ist der nächste down von den oberen den Sniper ja ich bin überstorben und den dritten hol ich mir jetzt ja nein der lebt noch der lebt noch aber ich lieg neben ihm aber ich lieg neben ihm ich lieg neben ihm sehr schön doch du Männer ey voll abgelenkt ich lag einfach neben dir ach komm der hättest du auch nicht mehr viel machen können ja doch hätte er normal gestanden der hätt ihn erschossen ja ihn aber mich nicht weggekommen wärst du nicht mehr das ist richtig aber wieso liegt der neben mir da oben drauf was Leute so komm und jetzt die Autos weghauen jetzt jetzt schaffen wir's jetzt sind wir voll elan mäßig drauf komm mit Tastatur und Maus Alter bisschen lecken hat das mir egal alter lecken was ist das was kommt was ist das Alles klar. Ja. Sammle auch noch ein bisschen. Ja gut, dann laufe ich noch ein bisschen weiter. Ich komme noch ein bisschen mit drüber. Ja, kommen sie schon. Du WTF, Alter. Oh, den Headhunter habe ich auch einen mitgegeben. Komm, 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 komm. Das war richtig, richtig heftig. Knapp. Einer ist wieder direkt. Ich habe einen gehitmarked. Ach komm. Den habe ich gerade gehitmarked, Mann. Wer hat denn der eine? Was macht denn der Jan da? Ich glaube auch. Einer ist auch unter uns. Ja. Nice. Nice. Nice, 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 nice. Der stand unter euch, oder was? Ne, ne, der ist auf die Rampe zugefahren. Oh. Nein. Nein, nein, nein. Da schaffst du es. Oh mein Gott. Das war mega eng. Aber wo ist die andere? Die sind beide hier unter uns. Was macht die da unter uns? Was macht die da unter uns? Weiß ich auch nicht. Noll. Kapp einen, kapp einen. Kapp einen. Kapp einen. Ergibt doch die Chance, ey. Ah. Es gibt sich den anderen, habe ich nur angehitmarked. Echt? Echt? Unter der Rampe wegschießen? Ja, das ging so gerade eben. Komm alle auf die eine. Komm, den kriegen wir. Noll. Was hat der denn gemacht? Im Sprung? Das wäre mega fett gewesen. Hätten wir da getroffen. Ja. Wer hat denn eigentlich gerade versucht abzuholen da? Ja. Ich habe versucht die abzuholen, weil die unter euch standen ohne Fahrzeug. Echt? Ja kacke. Ich habe direkt weggesniped von oben. Sorry. Hab ich gemerkt. Da kommt er. R. C. S. Wie kommt der denn bitte ohne Fahrzeug dahin? Reifen kaputt. Ja gut, da kommt auch ein Fahrzeug zu meinem Fahrzeug. Achso. Nein, kack! Oh, komm schon. Wir treffen den noch. Dann haben wir ihn. Dann müssten wir eigentlich gewonnen haben. Ja. Ob der jetzt auf Kader hinten stehen oder was? Nein, der sucht sich neues Auto. Kannst du nicht durch die Dinger durchgucken? Oder jetzt links? Ich dachte, wenn man nicht weit genug ansieht, dann kann man da durchgucken. Ja klar, okay. Kannst du aber nicht durchschießen halt. Kommt der... Oho. Oho. I these like these. Oho. Ich bin runtergeschrungen, weil ich Angst hatte. Ich hab's gesehen. Das sah richtig amüsant aus. So, scheiß drauf. Hauptsache, Druck töttest mich nicht. Kami kriegt den. Ach, hier ist das Schild. Er legt schon wieder nach. Oh shit. Ja. 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 Sehr schön. Nice. Sehr schön. Guts, Junge. Nein. Du hast gewonnen. Ich hab' den getroffen, bitte. 15.000. Ja, 17.000. Jo. Ich hab' 16.000 gekriegt, hab' eure verloren. Ich hab' nur 15 gekriegt. Manu. Ja. Ha. Noob. Nein. I. Ja. Aber, da die Folge schon wieder relativ lang ist, kann ich an dieser Stelle auch wieder sagen, danke fürs Zuschauen. Lasst eine kleine Bewertung da. Wenn's euch gefallen hat, schaut auch in die Kanäle in der Videobeschreibung. Und dann sieht man sich in der nächsten Folge GTA Online. Ciao. Ciao. Tschaui. Tschau.